Starke Stimmen der Steiermark. Unter diesem Motto stand der Landesparteirat der SPÖ Steiermark. Um über die Spitzenkandidatur für die bevorstehende Nationalratswahl zu entscheiden, trafen sich an die 300 Mitglieder aus allen Regionen der Steiermark. Als Listenerster stellte sich Bundesminister Gerald Klug den Delegierten zur Wahl. Gerald Klug ist eine Garantie dafür, dass man ganz glaubwürdig, ehrlich und offen auf die Bevölkerung zugeht und bei ihm weiß man auch, dass er das auch umsetzt, was er den Menschen verspricht. Bereits einen ebenso klaren Arbeitsauftrag erteilte der Bundesminister an sich selbst. Immer vor Augen, dass wir für die Menschen arbeiten, dass wir für die Österreicherinnen und Österreicher arbeiten und dass wir auch für die Steiererinnen und Steierer arbeiten. Auch aus dem Wahlergebnis zeichnete sich ein eindeutiger Auftrag für Gerald Klug ab. Dieser wurde mit 100% zum Spitzenkandidat für die Nationalratswahl gewählt. Es ist ein überwältigendes, ein fulminantes Wahlergebnis, über das ich überaus glücklich bin und es ist natürlich auch ein klarer Auftrag, eine starke Stimme für die Steiermark in Wien zu sein. Eine starke Stimme mit einem starken Team hinter sich. Die Mehrheit der Wahlberechtigten ist weiblich. Dementsprechend ist es auch ein tolles Zeichen, dass 50% der Wählbaden-Kandidatinnen und Kandidaten weiblich sind. Themen wie Verteilungsgerechtigkeit, Fairness und Chancengleichheit. Diese steirischen Interessen sieht Landeshauptmann Franz Wobes durch den Spitzenkandidaten bestens vertreten. Gerald Klug hat es nach kurzer Zeit geschafft, unglaublich tolles Vertrauen in der Bevölkerung zu erhalten. Und daher ist er auch für uns, für die SPÖ-Steiermark, ein wunderbarer Spitzenkandidat jetzt für die Nationalratswahl. Um diese steirische Handschrift der Sozialdemokratie auch nach außen zu tragen, stehen die kommenden Wochen und Monate für die SPÖ unter dem Motto Mehr Weißgrün für Rot-Weiß-Rot.